I know I've lasted a book in my soul. I feel the love for you that's out of control. Sometimes I feel like I can make you whole. I just can't change my mind. Hallo, ich bin Smile. Ich bin Ausland und kann jetzt fahren. Also Leute, Willkommen. Maris, erstmal müssen wir heute sein. Also heute mal mit Maris. Und wir sind gerade im Urlaub, also wir fahren heute in der Nacht los und wir waren halt in den Tagen halt auch volllaubt einkaufen so. Und deswegen haben wir halt ganz viele Süßigkeiten und Getränke und so geholt, die wir halt nicht so von uns zu Hause kannten. Und deswegen machen wir daraus ein Video. Ja. Also wir machen das halt so, eins ist... Wir bewerten die Sachen von eins bis zehn. Also eins ist ekelhaft und zehn ist sehr gut und dazwischen die Sachen... meh. So, okay, wir fangen jetzt mit der ersten Sache an. Maris, welche Sache willst du zuerst probieren? Das ist auch so klar. Also wir haben hier einmal von Chupa Chups so eine... wir wissen nicht, ob es die auch in Deutschland gibt, aber wir haben die halt noch nicht gesehen so. Okay, dann mach die auch mal. Lolli! Ja! Lolli! Danke! Mach mal auf! Mach mal auf! So, die probieren wir jetzt mal, ja? so warte ich warte noch auf euch für maris mache ich auch noch mal auf hier war es aber egal so warte nein noch nicht probieren 1 2 3 schmeckt ehrlich und ich möchte ein bisschen nach kürz kapel sondern oben das dreht wir mal mein was findest du besser um oder unten beides in kombination also wie viele punkte gibt ja ich gebe neun ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ja mal für den weiter essen willst du den weiter essen weil wir wollen noch die anderen sachen ausprobieren auch erst mal weg legen können wir nachher weiter lutschen so jetzt darf marlen eine sache aus ja okay dann möchte das hier ok dann dürfen wir auch mit dann dürfen wir auch was abkriegen ja dann haben wir ein auto das ist kuchen das ist so komischer kuchen ja aber er meint mit den flocken sieht das aus wie ein auto ach so ja schon aufgeregt ja ich kann die reifen ausessen ich kann die reifen ausessen soll jeder 1 kriegen ja oder hey lass uns einfach 1 2 teilen nö es sind zu viele drinnen so machen aufmachen auf der verpackung sieht so schön aus und hier sieht einfach rein geschmissen raus aus und und dann und dann darf ich ich darf mir was aus dann darf sich erst mal was aus und dann dann ich dann ich noch nicht aus Nicht essen. Okay. Hier festhalten. Eins, zwei, drei. Schmeckt nicht. Schmeckt nicht. Ball nochmal ab. Der mag den nach Geschmack nicht so gern. Geht. Das ist Schokobrotchen mit dunkler Schokolade. Jetzt darfst du was aussetzen. Wir müssen das mal bewerten. Ich sag... 9,5. Okay. So gut? Sag 7. Sei leise. Ich darf... Mara darf jetzt aussuchen, Schatzi. Und dann ich? Ich nehme... 4. Nein! Ich darf die nehmen. Die machen wir jetzt gar nicht. Das sind so eine Art... Ähm... Stäbchen bloß... Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Krieg ich mal. Fischstäbchen. Hat er gesagt Fischstäbchen? Ja. Sieht aus wie Katzenfutter. Ja. Ja. Nein, du musst essen. Willst du nicht? Nein. Okay, dann nicht. Eins, zwei, drei. Ja. Probier mal schnell. Es schmeckt wie Katzenfutter. Ja, ja. Du laberst nur. So, Punkte mal. Wie viele Punkte? Ich gebe... Eins. Du drei und ich... Ähm... Ähm... Jetzt darf ich... Nein, ich muss auch noch sagen, wie ich das finde. Ich finde... Ich finde das irgendwie ein bisschen eklig. Schmeckt ein bisschen nach Wurst. Ja, ne? Deswegen gebe ich... Ich gebe fünf. Ich gebe drei. Ich gebe fünf. Okay, dann... Ich... Jetzt mir was aussuche. Ja. Ich möchte gerne... Das da. Okay. Das sind so... Gummibärchen. Aber mit, äh... Veggie. Also... Ja. Vegetarier. Okay. Dann essen wir in Ruhe dich. Mach doch einfach so. Das ist kauf. Dann funktioniert ja nicht. Manni. Hä? Das dofe Ding. Doof darf man nicht sagen. Hallo Leute! Hallo! Hallo! Guck mal, was wir hier auch haben. Kann ich das trinken? Ja, wir können das alle einmal trinken. Aber ich hab... Aber ich hab... Aber ich hab das noch... Ich hab einfach von unten auf gemacht. So, jeder nimmt sich meinen raus. Ich möchte... Okay, Marius. Noch nicht essen, ne? Wir müssen erst mal warten. Mara, nimm die auch. Wir haben denselben... Ja, Mara, musst du den auch nehmen. Ja, okay. Weil eigentlich die grün-rosa... Okay, drei, zwei, eins. Ich geb denen... sechs Punkte. Zwei. Marius, wie viele Punkte? Drei. Drei. So, warte, wer hat jetzt aufgesucht Maras? Jetzt darf Mara aussuchen. Nein, du. Ach so, ja, stimmt. Ich möchte... Warte, was ist das? Ich möchte... Ich möchte... Ja, okay, wir haben die... Ich nehm jetzt einfach die. Ja. Die hat Maris gestern schon gegessen. Wie fandest du die? Gut. Ja? Die war ein bisschen scharf. Ja, deswegen auch schon hier. Irgendwie schmecke ich nicht. Alter, Marius, wie konntest du die essen? Ich schmecke halt die Limette. Ich schmecke die richtig doll. Ich möchte hier gerne... Wie fandest du die? Chips? Aber... Werden die die Kamera noch an? Mhm. Warte, ich guck mal. Ja. Okay, danke. Hier haben wir... Die tun wir jetzt erstmal weg. Wir werten die erstmal wie viele... Ja, hier haben wir... ...einen Punkt. Hier haben wir noch alle. 4,5. Hier haben wir noch alle. Ja, ja. Jetzt darf Mara aussuchen. Okay. Dann darf ich hier mir das auch. Warte mal, Maris. Dann nehme ich jetzt... Die Cola-Kasse. Okay, probier. Du darfst erst. Ich möchte gerne das. Ich möchte gerne das da. Das da. Ich sag nichts. Ja, ich hab schon gerochen. Ich will das nicht trinken. Das ist eklig, ne? Ja, ich kann gleich. Das ist richtig eklig. Null. Minus eins Punkt. Das ist ekelhaft. Maris, Maris. So, Maris möchte das hier haben. Das ist ein Joghurt-Trink mit Erdbeeren. Nach was schmeckt das? Nach was schmeckt das, Maris? Nach Joghurt. Nach Akimel hat der mal gesagt. Ja. Soll ich auch machen? Nein. Das muss man doch vorher schütteln. Maris musst du schütteln. Das habe ich vergessen. Darf ich bitte schnell? Wieso? Das schmeckt so eklig mir. Das ist immer noch in meinem Mund. Mara darf zuerst, okay? Ich weiß, wie das schmeckt. Weil wir hatten das schon mal. Und Maris weiß auch, wie das schmeckt. Weil das schmeckt wie? Oh Gott. Akimel. Akimel. Ein bisschen dickflüssiger. Und? Schmeckt? Ja. Wie viele Punkte gibst du? Eins, drei, drei. Nein, du musst sagen zehn. Zehn. Ich gebe auch zehn. Ich gebe neun. Was? Willst du weiter trinken? Dann können wir weitermachen. Ja. Wollen wir jetzt auch erst mal das hier, dann haben wir Getränke durch. Ja, okay. Jetzt haben wir hier noch zum Schluss so ein Aloe Vera Wasser. Das probiere jetzt ich zuerst. Ja. Aber ich will das nicht trinken. Okay. Ich habe auch meinen Kaffee durchgezogen. Jetzt geht's los. Trink. Das war kein richtiges Trinken, Mara. Du hast genippt. Nee, das war wirklich nicht. Ich habe einen ganzen Schluck genommen. Ich habe bei der Cola ganz Schluck genommen. Machst du nicht. Doch, habe ich. Okay, dann machen wir jetzt noch ein Video. Maras, wir müssen hier noch weitermachen. So, ich gebe null. Ich gebe auch null. Okay, Maras, was nehmen wir denn jetzt als nächstes? Das da. Wer ist denn drin? Das da. Das da. Okay, wir haben hier, was sind das? Chips mit so. Aber sind die auch scharf vielleicht? Nein, die sind nicht scharf. Also, wir müssen sie mal kosten. So, ich gebe jeder ein. Ja. Hier. Noch nicht essen. Noch nicht. Und eins, zwei, drei. Oh, die sind lecker. Ja, die sind lecker. Ich gebe zehn. Ich gebe einen. Ich gebe auch zehn. Ich gebe auch zehn. Okay, raus, raus. Jetzt kommt hier. Jetzt haben wir Schokolade mit so einem Loch in der Mitte. Keine Ahnung. Wir kannten die Marke nicht. Deswegen haben wir sie einfach mitgenommen. Ja, wie die aussieht. Tickets machen. Da sind Löcher drin. Jeder kriegt ein Stückchen. Die ist richtig weich. Schild und Tafel. Schild und Tafel. Schild und Tafel. Hier. Achso, ich darf hier noch gar nicht essen. Doch, ihr dürft schon. Ich will das nicht essen. Ist nicht so weich. Hast du weiße Schokolade? Lecker. Schmeckt eine Schokolade, oder? Ja. Wie findest du die? Auf rot. Wie viel gibst du? Zehn. Ich gebe. Ein, null. Drei, null. Drei, null. Drei, null. Drei, null. Okay, ich möchte das hier. Wir haben jetzt Mikaso gesalzenes Karamell. Eigentlich sind es Leischangmel, äh Zucker und Karamell. Ja. Ja. Vier Mares. Nein, hier unten anfassen. Noch nicht essen? So. Okay, drei, zwei, eins. Ja. Ich finde das eigentlich ganz lecker. Ja. Krass. Man schmeckt das Karamell voll und ich mag es. Ich hasse ja eigentlich sonst Karamell. Und man schmeckt auf das Salz. Ja. Und ich finde das passt voll gut zusammen. Ja. Oder? Ja. Wie viele Punkte gibt's dir? Ich geb's zehn. Ich geb auch zehn. Dann probieren wir direkt die anderen nur mit Salz, okay? Ja. So. Dann haben wir die halt auch noch mal ohne Karamell mit Salz, weil... Die schmeckt nicht. Schmeckt nicht? Au. Ich hab Salz nicht. Alter, er hat ein Ding gegessen und hat sofort schon gelassen. Ja. Oh, oh. Ich hab schon was in meinem Mund. Ich muss ja das rufen. Ess einfach schnell die. So. Schmecken wie die anderen. Ja. Ich find das geil. Mhm. Ja. Dann kriegst du die und ich die. Okay. Zehn von zehn. Ja. Oder? Ja. Schmeckt? Ich will die hier machen. Ja, die wollen alle. Das sind Kekse. Wie Oreos, nur von der einen Seite hell und von der anderen Seite dunkel. Ich gucke, ob wir noch filmen? Ja, filmen wir noch. Dann kriegt jeder eine. Nein, da sind genau drei drin auch. Ja. Oh. Oh. Vier, vier. Drei, zwei, eins. Willst du auch essen? Oh, geil. Dann kann die so essen. Oh, geil. Geil. Hier drei essen Geld. Ess jetzt mal. Probier mal. Nein. Hier. Hm. Hm. Ich möchte was anderes essen. Irgendwie ein bisschen Fake von Oreo. Äh, du, ich mir was aufreden. Da. Ich finde. Besser. Marius, wir müssen das immer bewerten. Mach mal das. Hm? Mach mal das. Ich sag vier. Das da. Ich sag sechs. Nein, das ist das letzte. Schoko and Nuts. Nuts. Wir teilen uns einen oder will jeder einen? Wir teilen uns einen erst mal. Vielleicht schmeckt der so gut, dass ich dann alle essen darf. Jeder beißt einem ab, ja? Ich fang an. Ich will mir was zu essen trinken holen. Wir probieren mal, Marius. Ja. Er will nicht. Okay. Dann gebe ich nochmal ab. Das darfst du nicht trinken. Ich gebe. Neun. Ich gebe acht. Also, ihr könnt uns, also unten in der Infobox, es steht noch ein Link, wo ihr uns Kommentare schreiben könnt, weil eure Kommentare gehen ja nicht. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Wenn ich das Video fand, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt, könnt ihr auch gerne die Blog ja aktivieren. Ja. So, Marius, willst du noch was sagen? Ja. Dann sag mal. Nein. Wir müssen gerne noch was essen. Ja, aber du musst jetzt erst mal Tschüss sagen zu den Leuten. Nein, wir müssen noch was essen. Ja, aber wir sind fertig. Du musst jetzt Tschüss zu den Leuten sagen. Die müssen jetzt schlafen gehen. Tschüss. Mach mal so. Und jetzt so, und jetzt ein Herz. Jetzt musst du winken. Sag Tschüss. Tschüss. Sag Tschüss, liebe Smile. Ich bin Smile. Tschüss.